Die Expo Rodeo Neuland 2015 erwartet dich mit einer großen Ausstellung in den Bereichen der Viehzucht, Kleintiere sowie auch im Industrie- und Handelssektor. Am Freitag ist der Santa Getrudis Weltkongress zu Gast. Am Samstagvormittag findet dann die offizielle Eröffnungsfeier statt. Die Expo Rodeo Neuland 2015 ist ein Fest für die ganze Familie.